Hi Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ihr alle blauen XP Münzen der Woche 5 bekommt, dann bleibt jetzt dran. Die erste blaue XP Münze bekommt ihr hier bei Frenzy Farm. Und zwar ist hier so ein Erntegerät, das müsst ihr einfach kaputt machen und schon habt ihr die erste blaue XP Münze. Einfach ein bisschen warten und drüber laufen und dann habt ihr auch schon die ersten 6500 EP. Die zweite befindet sich gleich nördlich, die könnt ihr eigentlich in einem Schwung holen bei Omas Obstgarten. Dort ist es eine Schubkarre, die ihr zerstören müsst für die nächste blaue XP Münze. Auch hier einfach warten, bis sie absinkt und einsammeln. Die dritte blaue XP Münze befindet sich bei Holly Hedges. Da müsst ihr einfach ziemlich genau in die Mitte runterfliegen und zwar ist diese blaue XP Münze bei einem Gabelstapler, der irgendwie einen Traktor auf den Gabeln hat. Den müsst ihr einfach kaputt machen. Also ich zeige euch das nochmal ganz kurz auf der Map. Also das ist genau hier bei Holly Hedges in der Mitte. Und das Ding machen wir jetzt einfach mal kaputt. Und dann haben wir ja schon die nächste blaue XP Münze am Start. Es sind diese Woche auch wieder 5 blaue XP Münzen, also eigentlich relativ viele. Die nächste befindet sich bei Solty Springs. Normalerweise befindet sich hier an dieser Stelle ein blaues Auto. Das ist leider schon weg, aber das macht nichts. Wenn die Gegenstände zerstört sind, könnt ihr trotzdem die blauen XP Münzen einsammeln, ohne Probleme. Die letzte blaue XP Münze befindet sich bei den heimeligen Hügeln, wo wir in der Woche 1 die Zwerge einsammeln mussten. Also es befindet sich hier ganz im Norden. Und zwar ist es dieses gelbe Haus. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. So, rein spaziert in der guten Stube. Wir müssen hier in den ersten Stock. Und dort ist es so ein Zeichenschreibtisch. Und den müsst ihr einfach nur kaputt schlagen für die letzte blaue XP Münze. Und das sind im Prinzip schon jetzt alle 5 blauen XP Münzen der Woche 5 gewesen. Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen. Ich habe auch noch ein Video zu den grünen und lieren XP Münzen. Das wird heute auch noch folgen. Und dann lasst doch einfach ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Keks.